Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! 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 Conny, Troy, lieben Niners und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overcooked zusammen mit MG. Oh mein Gott. Guten Tag. Äh, erst mal... Jenten und Pilze, nimm mal Pilze. Äh, hab ich. Geh mal zu den Schneidebrettern rüber. Alter. Wie viele Punkte braucht man für den Scheiß? Zwei. Äh, ich hoffe, dass du zwei... Keine Minuspunkte. Äh, Pfannen sind hier. Wo ist denn Reis? Wo ist denn Reis? Links, 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 links. Ach, da unten, Loll. Nee, ich hab einen Teller gefunden. Da. Ich geh da in eine Pfanne. Hol mal schon mal hier oben die... Burritos. Nimm noch einen... Nimm noch einen Teller mit. Äh, und da hast du sechs Plattformen. Äh, 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 äh. Ach, das steht noch da unten. Äh, äh. Ich denk grad, hä? Äh. Äh, 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 Pfanne? Hier. So. Das wird nix. Ich werd schon kommen. Äh. Fleisch und Hähnchen? Äh, wir müssen auch noch abwaschen. Ja, aber egal. Fleisch und Hähnchen? Ja. Schneiden. Ach so, oh. Schneiden. Nimm den Teller... Wieso bist du nicht in die Ecke gefahren? Bist runtergefallen? Ein bisschen. Fahr wieder in die Ecke. Dann nehm ich den Teller auch noch mit. Hören wir schon mal Reis wieder und links. Puh, Pugidos. Ja, dann dabei. Hättest du es saurer auf den Teller packen können? Ich nehm mal die dreckigen Teller mit. Ohne Witz. Wir müssen dann erst mal Teller spülen fahren. Musst du dann so hinfahren, dass wir zum Schneidebrett auch hinkommen. Ja, dürfte sich ausgehen. Pilze. Und Hähnchen mal rauf. Hähnchen. Ja. Ja, dann mach ich die Teller schon mal fertig. Nimm direkt mit. Ja, zack. Es sind genau zwei Stück. Ja, hier. Wieder mal die dreckigen Mikrofon. Ich hatte nix genommen. Komm mal. Läuft bei dir. Ey, ohne Scheiß da drin einen Plan zu haben. So, zack. Dann brauchen wir Pilz und Fleisch. Machen wir mit den Teller. Ja. Ja, komm mal. Dabei. Der 475. Es schaut eigentlich ordentlich aus bis jetzt. Ja, wir müssen nur jetzt auf Gas gehen. Pax unten rechts in die Ecke. Fuck. Ja. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ja. Ja, ja. Ja, das sollten wir, denke ich, haben. Ich weiß es nicht. Passt doch. Wenn nicht, ey. Das würde mich echt freuen. Und jetzt. Ja, passt. 480. Easy. Das passt. Das passt. Recht viel mehr kannst du eh nicht machen. Achso, du schneidest alle mögliche einfach mal auf. Ja, Hammer. Selbst das hilft dir nix. Oh, jetzt mal eine blaue Rampe, die schon offen ist. Uhu. Hallo. Er wollte es nicht nehmen beim ersten Mal drücken. Läuft. Fangkuchen. Mehl und Eier und Schokolade. Schokofangkuchen, oder was? Aber nur, wenn ich süß mag. Ich mag es nicht süß. Also wirklich nicht. Bei Fangkuchen Äpfel oder Bratwurst. Ist auch ziemlich geil bei Fangkuchen. Oh, ja. So, woher müssen wir mit der Kartoffel? Da oben rechts hin. Aha. Nee, wir müssen das. Das ist ein Ei. Ach, das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Das wird direkt geschlagen. Dann kommt da Mehl dazu. Einmal dunkles, einmal helles. Ich habe dunkles. Was ist dunkle Mehl? Das ist kein Mehl. Schokolade musst du, glaube ich. Schneiden. Hier unten ist Mehl. Hier oben ist Mehl. Ja, okay. Einmal ist Schoko drin. Schoko wird gemacht. Hier oder drüben muss man rein. Ja, ist drin. Danach muss es dann in die Pfanne. Rechts und links. Zack. Erste Pfanne voll. Zweite Pfanne auch. Teller brauchen. Wo haben wir Teller? Da oben. Da oben. Äh, falscher Eingang. Zack. Wo, 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 wo? Ich hätte einen Teller mitnehmen sollen. Ja, wäre gut gewesen. Ich hatte noch, dass ich hier rausplöpfe, ne? Achso, wenn man reingeht, ist immer da, wo man, okay. Ja, gut. Ich habe es verstanden. Äh, nimm Schoki mit. Äh, ich war eh bei der falschen Leiter, aber wir können gerade hochlaufen. Äh, das ist so ein Minispalt. Und er fällt dem Minispalt runter. So, Mehl brauchen wir zweimal. Ich packe Mehl da drüben rein, weil da ist länger nichts gewesen. Okay, Mehl haben wir. Brauchen wir dreckige Teller, saubere? Ich weiß es nicht. Ja, die dreckigen kommen direkt hier. Nehmen wir mal Teller, sauber. Hier ist die Animation kaputt. Wir sind noch Teller in der Spüle, ne? Ja, ja. Ich nehme gleich mal Mehl mit. Ich wollte gerade, dass er rüberschiebt. Mehl und Eis da. Wir brauchen dann nur noch Schoki. Wir brauchen gleich noch einen Schoki. Ja. Ich hole Schokolade mit. Ja, oder so. Ja, jetzt musst du aber zum Steinebrett. Oh, fuck. Ah, jetzt bin ich genau... Uh, das war knapp. No, wo komme ich jetzt aus? Hä? Achso, hier sind Treppen. Oh. Also, das könnte ich so reinschütteln. Äh, Teller brauchen wir. Hey, wir verkacken so... Oh, nicht mal. Punkte geht eigentlich. Geht eigentlich vollkommen klar. Ich nehme schon mal den ersten Teller. Ja, ich habe den zweiten. Okay, ist gerade offen. Dann nehme ich daneben. Nimm Mehl mit runter. Huh, 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 M.G. Oh, ich habe das Mehl im Fallchen gepackt. Aber jetzt repariert. Ich hätte hier nochmal Mehl und... ...werf noch ein Ei rein. Komm, fahr wieder rüber. Ich will Schokolade machen. Weil wir brauchen den Schoki eigentlich. Ja, ja. Nee, als nächstes brauchen wir einen Normalen. Ja, du hast aber den Normalen ja schon fast fertig. Hier brauchen wir den Schoki, meine ich. So, komm, fahr rüber. Zack. Ich mach Teller. Könnten sie mir auch direkt in die Spüle packen. Ja, stehen echt daneben, ne? Ich hole einen schon mal. Nimm Mehl mit. So, ich nehme gleich einen... Ja, nun Mehl mit. Ei. Einmal Schoki, einmal ohne. Mal Schoki. Ich kümmere mich hier unten mal kurz. Geh mal zu den Tellern vielleicht schon, oder? Ich packe den noch hier rein. Und dann gehe ich hoch zu den Tellern. Bringt ja nichts, wenn wir keine zwei Stück haben. So, Tellerhammer, zack. Ich hole den anderen. Soll immer gleich wieder mehr mitnehmen. Ah, ne, fährt gerade rüber. Zu viel Risiko. Ja, klar. Zack. So, ein Ei. Ey, jetzt hat man nur noch Schoki am Start. Ei. Schoki. Schoki. Schoki ist drin. Schoki. Ah. Wo komme ich jetzt? Oh. Nicht mal Teller. Ja, mach das. Holen wir gleich einen. Ah, ich habe das nicht in die Pfanne gepackt. Scheiße. Egal. Ah. 970, aber das sollte doch... Ja. Ah, easy. Zweimal. Ohne fehlgeschlagene Rezepte. Wir haben echt quasi... 920 wäre doppelt. Wir haben mehr als doppelt. Ja. Läuft doch, läuft doch. Ich mache mich schon Sorgen. Ja, da geht noch eine. Ja, da geht noch eine, sagt Herr Fresh. Mein Handy beißt irgendwo ab. Ei, ei, ei. So. Okay, okay, okay. Das ist... Ah, muss man echt hier... Gefährlich. Okay. Was brauchen wir denn? Wir brauchen irgendwelche Nudeln. Hier sind die Nudeln. Fährt das auch oder macht das irgendwas? Bin ich genauso. Ach. Der eine muss den anderen lenken. Ja, wow. Pack's ruhig bei dir an die Nudeln. Ach so, stimmt. Ich muss ja bei mir in die Nudeln. So, ähm. Zurück. Nochmal. Jetzt musst du mich quasi. Du musst mich. Du musst mich. Ah, lol. Vielleicht. Vielleicht intelligenter. Ja. Ähm. Wobei ich muss hier ins Eck. Mach mal ganz ins Eck, ja. Pack mal bei dir die Nudeln raus. Ja, bin dabei. So. Pack ich schon mal in die Mitte hier. Hier so zum Ferdigmachen. Habe ich Teller? Ich weiß es gar nicht. Äh, ich sehe keinen. Du hast einen da oben. Ja, ja. Ach so. Ich schiebe mich halt dazwischen. Ach so, ja. Macht Sinn. Danke. Mach ich schon mal wieder Nudeln fertig. Ich müsste einmal hochgeschoben werden zu den Nudeln. Ich muss gar nicht dabei sein. Ah, zack. Ich kriege halt dreckige Teller, ne? So nice. Das müsste ich ein Stück weit darüber geschoben werden. Warte. Ähm, hier. Ja. Na, dann mach ich die Teller mal fertig. Das Level werden wir verkacken, ne? Oh, sag das nicht. Weiß ja nicht, wie viele Punkte das wir brauchen. Äh, in dem Teller mit. Werdest du mich jetzt hin? Hier hin. So, hier. Du musst mich noch einmal rüber schieben. ein bisschen runter ein bisschen runter ja nicht so viel stück doch aber der ist schon weg also ich habe schon gemacht einmal haben wir brauchen noch mal bitte kannst du meine plattform bitte in die mitte danke wer so zeitgleich super gewesen wir brauchen dringend nudeln und pilz müsste ich dir auch zuschmeißen gerade so wir kriegen nichts mehr ich hätte fettig ich hätte auch zweimal auf den teller und dann schieben meine plattform noch schnell erreicht nicht reicht nicht was gibt es irgendwie ein rezept was wir nicht kennen oder so freunde das sind wir aber in der nächsten folge raus wenn es euch gefallen hat lassen daumen nach oben da wenn ihr nichts verpassen wollten abo schaut bei unseren anderen videos vorbei bis dann rein ciao ciao